hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen scenery check für den msfs 2020 ja wie komme ich jetzt darauf tupj terence b ledsum international airport ist ein kleiner airport in der karibik und previously known as beef island airport ist der haupt airport der british virgin islands und ja es wird oder ist auf dem kanal ein video rausgekommen wo ich eine atr fliege für eine amerikanisch karibische airline ich will nicht zu viel versprechen falls das video noch nicht draußen ist und könnte sein und dort starte ich an diesem flughafen und dieser flughafen ist tatsächlich so coole in der gegend und so weiter und so fort dass ich mir überlegt habe wenn ich das video mit der atr mache dann möchte ich hier auch in einer premium szenerie starten und deswegen werden wir uns diese szenerie hier besorgen ich will sowieso so ein bisschen mein überseeportfolio auffrischen damit ich ein kleines bisschen auch dort mal zwischen dem einen oder anderen schönen flughafen hin und her fliegen kann und da bietet sich das an das ganze entwickelt von slh slim designs für 14,99 wobei ich sagen muss dass es im inni builds launcher 12 pfd kostet da kommen aber immer noch die steuern hinzu dafür sind es und keine ahnung wie sich das dann umrechnet so um die 15 euro wenn wir uns die bilder angucken dann erwarte ich quasi einen einen kleinen aber sehr sehr feinen detaillierten airport für 15 euro erwarte ich also wirklich ein paar schöne umfänge ein paar schöne ecken die man auch von der erste aussehen kann nicht nur von der land zeit aus und der microsoft store ist mal wieder performant es always und genau wir machen wie folgt ihr kennt das schon wir gucken uns den flughafen erst mal ohne szenerie an dann installiere ich und dann gucken wir uns den flughafen mit szenerie an also los geht's so ich habe die zeit mal auf sonnenaufgang gestellt hier in der karibik und wir stehen auch mit der art er schon hier aber darum soll es jetzt in dem video hier nicht gehen es geht nämlich um diesen wunderschönen flughafen mit einer runway hier auf dieser insel wir gehen mal ein bisschen wartet mal ich mache mal die kamera ein bisschen schneller gehe ich mal ein bisschen weiter weg also dass das ganze wir können auch mal parallel hier navigraf laden dann gucken wir uns gleich mal an wo dieser flughafen eigentlich wirklich liegt und ruckel ruckel und studiere hier ist also dieser berg und nach norden raus oder in die nördliche richtung wobei 25 ist ja eher so in die westliche richtung müssen wir ein bisschen aufpassen da gibt es dann jetzt tatsächlich relativ zügig diese hügel in die anderen richtung sieht es etwas entspannter aus da geht es erstmal ziemlich schönes stück nach außen wir haben hier so einen kleinen fischerhafen der hier nur so angedeutet ist ich würde mir natürlich wünschen dass das so ein kleines bisschen mit abgebildet ist in der szenerie wir haben hier dieses gebäude in dieser u-form ein parkplatz davor eine straße die dahin führt einen kleinen tower und ein paar nebengebäude wir haben eine relativ interessante also wir müssen backtracken sowohl hier als auch hier nicht hier gibt es eine entsprechende taxiway und hier gibt es auch ein taxiway zum backtracken aber tatsächlich mit so einer drehkurve umdrehkurve ganz cool gemacht ansonsten ist das natürlich der absolute hammer hier wir gucken uns mal das ist alles alt so navigraph enttäuscht mich nicht also wir sind hier hier ist dieser airport und wenn ich jetzt mal raus zoome es ist ja wirklich konnte ich nur zoomen dann ist der airport hier also hier ist glaube ich das müsste puerto rico sein und dann ziehen sich hier diese karibischen inseln auch lang und dann sind wir also hier und zwischen quasi also in der karibik muss ich glaube ich nicht weiter erklären gut wir gucken mal was es noch so zu sehen gibt eigentlich nicht viel also kleiner jachthafen kleine insel hier vor da steht sogar ein gebäude drauf und ja taxiway runway 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 eine wie gesagt die ist auch in ordnung taxiways finde ich ja auch ganz in ordnung das sieht auch alles ganz ordentlich aus auch die markierung ist schön ich habe mit fsltl mal jets reingeladen das sind dann die beiden learjets die hier aufgetaucht sind der tower ansonsten ja ist das ein kleiner airport microsoft standard ich würde mal dieses mal so eine perspektive hier wählen ich installiere das ganze jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder seht ihr und genau das wünsche ich mir wenn man sich eine premium scenery kauft der erste blick alleine ist überragend absolut cool fsltl injectiert jetzt gerade noch ein paar flieger ich weiß gar nicht so richtig wo ich anfangen soll wir nehmen uns ein bisschen zeit und gucken uns das ganze an also mein wunsch nach dem etwas dargestellten hafen wurde erfüllt wir gucken einmal quer rüber die gebäude und so weiter das sieht gut aus da hinten ist ein kreuzfahrtschiff und hier sind allgemein plötzlich sehr viele schiffe dazu gekommen hier auch noch mal in der bucht da hinten ist so eine art fischerboot sehr cool wir gucken uns eins nach dem anderen an also erstmal die start- und landebahn hat eine neue textur bekommen sieht gut aus und sieht so ein bisschen auch nachgearbeitet aus ich weiß nicht genau was das hier ist auf jeden fall ist die auch nicht besonders lang die bahn also muss man auf jeden fall mal gucken wir gehen hier außenrum weiter also die kleine insel ist noch zu sehen das gebäude da drauf der rest ist ein bisschen nachgearbeitet die kleine straße hier die autos parken am rand hier sind boote kleines boot eine yacht ich versuche mal gerade zu kommen so hier ist das ganze schön man hört weltklasse mit dem meeresrauschen so hier ist sogar ein richtig großes boot nicht schlecht und die ganze ecke hier ist schön nachgearbeitet hier ist noch mal so ein ich weiß nicht ist das ein brandschutzturm ich weiß es nicht genau aber sieht auf jeden fall gut aus sondern die sirene so jetzt hier der ganze bereich um den flughafen super genial die autos parken hier beziehungsweise ist hier so ein bisschen sogar also entweder parken sie kreuz und quer oder hier wird gerade viel gefahren das weiß ich nicht der ganze bereich hier vorm flughafen cool hier fährt dann sogar ein auto hier ist so eine kleine ecke das haben wir in dem screenshot gesehen ich mache mal die kamera jetzt ein bisschen langsamer hierfür für das gebäude hier ist ein restaurant bereich in außen und guckt euch mal an wie gut das gemacht ist hier ne das ist jetzt land side also das sehen wir dann vom flugzeug aus nicht unbedingt aber es ist wirklich schön gemacht coca cola automat und was haben wir hier so eine art schleuse intercaribbean airport departures bvi mietwagen hier stehen die leute hier gibt es dann diese obere ebene das hat man hier gerade ganz schön gesehen und hier guckt man dann schon auf die flugzeuge sehr 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 cool gemacht sehr cool gemacht dass der ganze eingangs bereich hier ist super cool gemacht finde ich sehr sehr schön so der vorfeld bereich hier sieht gut aus es gibt ein gsx profil die fahrzeuge stehen hier so ein bisschen in so einem geschotterten bereich wir gucken noch mal hier hier ist jetzt relativ wenig rein modelliert ok das ist natürlich bereich den man eigentlich dann vom flugzeug aus theoretisch zumindest sehen kann ich finde es immer besser wenn man sich darauf so ein bisschen konzentriert terence b. ledsam international airport wir gucken noch mal nach hier vorne und ich würde es natürlich extrem cool finden wenn die leute zu fuß gehen würden ja warte bereich check in bereich hier müssten sie im grunde rauskommen wenn wir hier vorne stehen würden gsx wie gesagt profil gab es wir könnten mal falscher knopf während wir uns das weiter angucken gsx aufrufen request boarding und dann gucken wir mal was passiert mach die kamera wieder ein bisschen schneller so also hier kommt jetzt der gepäckwagen boarding passengers now na ich gehe nicht davon aus dass die bis dahin laufen oder ja wir gucken gleich noch mal wir gucken uns erstmal die szenerie an darum geht es ja eigentlich so der tower sieht jetzt anders aus ist kein standard tower mehr hier ist auch ein bisschen was gemacht ein bisschen dieser vorbereich da steht ein container hier ist das flugsicherungsgebäude sehr cool der tower ist innen auch dargestellt das ist wiederum klasse das sieht man auch vom flugzeug aus super hier ist der tank bereich richtig schön gemacht und hier scheint so ein bisschen auch der ga bereich zu sein hier stehen ein haufen flieger rum das ist schon echt schön gemacht hier ist die flughafen feuerwehr und ich mache mal gerade den sound etwas leiser vom gsx so die runway hat sich nicht groß verändert das ist gleich geblieben das sieht alles in ordnung aus hier ist dieser kurze hier ist diese straße jetzt vernünftig hier fahren auch die autos also man hat sich wirklich auch um den ganzen bereich drum herum richtig mühe gegeben das gefällt mir richtig gut das mit dem hafen gefällt mir richtig gut also ich muss echt sagen das ist richtig cool so passengers boarding starting hinten ist die tür aufgegangen und es ist tatsächlich so das ist super klasse und da schlägt doch das flightzimmer herz höher wenn man das sieht wenn man sich hier mit seiner atr hinstellt und die passagiere boarden dann tatsächlich über das über das vorfeld hier mega gut also das gebäude an sich gefällt mir auch das u diese u form hat microsoft auch dargestellt aber das hat natürlich nichts mit dem zu tun was wir hier sehen das ist wirklich richtig schön gemacht mir gefällt das mit den palmen hier vorne die parkplätze das sieht alles richtig gut aus wie so ein richtig schöner kleiner aber doch professioneller flughafen die ganze ecke drum herum ist auch super klasse gemacht und das gsx profil welches mit der installation über den inni builds launcher habe ich das übrigens installiert direkt mit installiert werden kann bringt dann diesen ganzen flair quasi dass da kein so ein bus rum fährt das ist schon echt richtig gut mir gefällt das hier vorne das rundet das ganze paket hier extrem ab hier mit der straße auch mit den parkenden autos super gut und ja hier ist natürlich wenig los ich weiß nicht genau wann da die haupt flugzeiten sind die bahn ist auch relativ klein aber der rest ist wirklich schön gemacht also für 15 euro ja man bekommt nicht allzu viel an masse aber natürlich dafür ein bisschen klasse und man muss auch ein bisschen auf diese kleinen flughäfen stehen ich glaube sonst fängt man eher an dass man sich keine ahnung los angeles holt und und münchen und hamburg und so und die ganzen großen aber da habe ich jetzt einige von und da ich jetzt so ein bisschen hier auch in der karibik rum jetten möchte ja war der airport jetzt eine sehr gelungene investition an dieser stelle vielen lieben dank für flumsi der im discord mich auf diesen flughafen und auf diese ganze airline und strecke hier aufmerksam gemacht hat es wird oder gab das weiß ich noch nicht genau dazu jetzt auch noch mal einen schönen flug mit beyond atc könnt ihr auch auf meinem kanal sehen oder werdet ihr sehen also flumsi vielen lieben dank für diesen tipp und ich würde sagen wir haben uns den flughafen angeguckt und jeder muss selber für sich entscheiden ob es da ihm das geld wert ist ich finde es richtig klasse paar euro weniger hätten mir gefallen aber ich glaube damit kann ich auch langsam mal aufhören weil das ist dann wunschdenken die sind eben alle jetzt inzwischen so teuer und dann freue ich mich wenigsten wenn man so eine qualität bekommt gleich mit gsx profil etc dann kriegt man wenigstens auch was für sein geld ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag ich würde mich freuen wenn ihr mir einen daumen nach oben gebt mir einen daumen nach oben gebt oder vielleicht einen kommentar schreibt ansonsten wie immer fly safe always happy landings machts gut bis dann tschüss